hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von city bus managers aus der schönsten hansestadt der welt hamburg in der letzten folge wie das ja einige wahrscheinlich mitbekommen haben werden habe ich ja die city bus linie 1 jetzt eingestellt also so weit eingestellt dass sie jetzt heute in diesem umlauf oder an diesem donnerstag nicht mehr mit in den schichtzuweisungen mit auftaucht und die fahrer und fahrzeuge speziell natürlich erstmal die fahrer die ich jetzt dadurch einsparen kann die werde ich jetzt auf der zukünftigen bus linie 100 nicht 100 sondern waren linie 26 einsetzen weil da brauchen wir brauchen wir pro schicht hundert die acht fahrer waren das ja die wir dann pro schicht brauchen und dafür sind dann diese fahrer die wir dann dafür haben oder einsetzen werden natürlich perfekt wir dann sozusagen einsparen können ja und unter anderem weiterem habe ich wieder ein schönes oder habe ich eine weitere repaint lackierung von oliver und seiner truppe sage ich jetzt mal so noch ein weiteres repaint hinzugefügt diesmal keine nacht lackierung oder abends lackierung sozusagen sondern eine schöne tages lackierung wie die fahrzeuge wahrscheinlich dann auch am tage durch landshut herum kurven so aber erst mal um dann weitere fahrer einstellen zu können und so weiter müssen wir natürlich jetzt erst mal wieder die fahrer natürlich wieder zuweisen wir haben jetzt wieder gerade wieder fahrer 182 auf wagen 64 und fahrer 188 auf wagen 14 sehr schön fahrer 191 191 nimmt dann auch ein war also wagen mit wagen 62 und fahrer 193 da waren 80 mitnehmen perfekt und fahrer 193 hatte ich den doch schon eben doch hatte ich schon leben gut dann kommt jetzt fahrer 206 das war das jetzt was ich bei dem geld gesehen habe fahrer erfahrung qualität auch so gehen wagen 16 gut dann stelle ich jetzt noch mal weiteres personal ein speziell jetzt busfahrer den stelle ich hier mit ein und den hier kann ich noch mit einstellen fahrer 353 und fahrer 354 kommen dann auch wieder mit in die liste sehr schön gut dann auf die linie 20 gerne habe ich ja schon zugewiesen gut dann nehme ich da wagen 139 die mit der nacht lackierung mit fahrer 214 fahrer 214 und fahrer 212 nimmt wagen 63 mit fahrer 223 und fahrer 223 nimmt wagen 12 fahrer 224 auf wagen 30 und fahrer 225 auf wagen 47 sehr schön dann kann ich hier die rotowolteig anlagen und platzieren die ich in der letzten folge vergessen habe mit zu platzieren sehr schön so und weitere hiesfragen brauchen wir natürlich auch noch allerdings sind das jetzt momentan nicht mehr fünf fahrzeuge sondern nur noch vier fahrzeuge die wir von diesen typen da noch erwerben müssen aber das dürfte wahrscheinlich nicht mehr lange dauern werden jetzt als nächstes noch wieder einige schöne gebraucht fahrzeuge noch mit dabei sind kann natürlich natürlich auch anders sein das ist klar aber ich hoffe natürlich immer davon dass die fahrzeuge da sind und auch für einen relativ guten preis verkauft werden und haben wir da welche nein ist momentan keiner da aber noch ein weiterer c26 ist noch da euro 4 das fahrzeug für 60.000 bekomme hier auch habe ich bekommen und das ist dann wagen 142 und 142 g wieder motor licht kairi motoröl und reifen machen wir dann auch gleich alles mit neu dann stehen wir damit sozusagen schon mal auf der sicheren seite so wagen 98 kommt dann jetzt auf die strecke mit fahrrad 253 und auf die 20 nämlich wagen 100 ne wagen 126 ist unterwegs da wagen 138 mit fahrrad 255 dann brauche ich wieder kapazität mit fahrrad 263 fahrrad 264 fahrrad 264 im wagen 97 mit linie 111 da wird wagen 70 eingesetzt mit fahrrad 265 und auf die linie 6 fahrer 278 mit fahrer oder wagen wagen 77 276 278 entschuldigung jetzt habe ich es dann habe ich wieder hier einmal die linie 20 für wagen 55 und fahrer 279 279 da habe ich ihn perfekt und dann wieder einmal die linie 4 hieß waren kommt momentan noch keiner rein für fahrer 281 auf wagen 101 man kann sehr gut sehen dass hier einiges zu tun ist so wo ist denn jetzt da haben wir das fahrzeug ist allerdings noch nicht in der werkstatt okay ok 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 aber man kann sehr gut sehen dass es alles relativ reibungslos funktioniert sehr schön wunderbar wunderbar ticketverkauf fast zehn prozent plus und fast vorgestern haben wir fast genauso viel eingenommen wie vor vorgestern sehr schön eigentlich alles relativ fast gleich geblieben so ein hießwagen ist auch schon wieder war da da das ist perfekt den setzen wir dann gleich einmal auf den umlauf von der linie 45 und 109 zu aber erst mal kommt jetzt fahrer 282 da habe ich ihn auf wagen 39 und jetzt kommt fahrer 299 auf wagen 122 wunderbar wunderbar so ein weiterer kapazität auf die linie 111 mit fahrer 300 und fahrer 301 nimmt wagen 4 mit 4 mit da fahrer 301 und fahrer 302 auf wagen 28 sehr schön ist da noch ein weiterer hießwagen reingekommen nein kommt da einer rein so jetzt sozusagen oder doch da kommt jetzt einer rein perfekt eigentlich bräuchte ich noch ein paar weitere aber ja da kommen ja noch welche sehr schön fahrer hatte ich jetzt fahrer 303 wollte ich einmal kurz mal gucken ja fahrer 303 auf wagen 124 und fahrer 300 fahrer 303 auf wagen 124 und fahrer 304 wagen 60 mitnehmen perfekt das war gruppe zwei dann kommt jetzt gleich gruppe 2 Da kommen noch ein paar weitere Heeswagen rein. Perfekt, gleich zwei Stück. Und da kommen sie auch schon. Erstmal für Fahrer 4 auf Wagen 131. Fahrer 5 ist gestresst, kriegt den Tag frei. Und Fahrer 6 nimmt Wagen 54. Und jetzt kommt Fahrer 13, hat auch schon das Rechner schon rausgesucht. Fahrer 135. Müssen aber gleich noch weitere von dem Typ reinkommen, oder? Zugewiesen, zugewiesen, zugewiesen. Habe ich alle zugewiesen, die momentan nicht hier drin sind. Gut, dann muss ich noch ein bisschen warten, bis wieder Fahrzeuge von dem Typ wieder reinkommen. Aber die meisten sind, äh, einige wahrscheinlich auch oben. Da kommt wieder einer rein, sehr schön. Und dann folgt gleich noch einer. Das ist perfekt, da ist das Fahrzeug schon. Für Fahrer 14. So, Fahrer 14 nimmt dann das Fahrzeug mit. Ja, und die anderen sind alle, wie gesagt, ja noch zugewiesen. Fahrer 15 nimmt Wagen 125 mit. Aber das wird nicht lange reichen. Mache ich erstmal weiter mit Fahrer 22. Nimmt er Wagen 99 mit. Und da brauche ich auch gleich wieder einen Heßwagen. Okay. Da ist auf jeden Fall einiges, irgendwas reingekommen. Da kommt auch noch ein Heßwagen wieder mit rein. Perfekt. Können wir gleich zuweisen. Mit Fahrer 24. Und auf den nächsten Wagen setzen wir dann Fahrer 25 ein. Da kommt auch schon das Fahrzeug. Und dann noch gleich zwei weitere Folgen noch ebenfalls. Perfekt. Aber erstmal für Fahrer 25. Aber, hm, wie viele habe ich denn das noch? Da kommen noch einige. Einige kommen auf jeden Fall noch. Aber als erstes erstmal Fahrer 29. Wagen 21 mit. Und Fahrer 24, äh, 44. Auf Wagen 127. So, alles zugewiesen, was wir da haben. Aber da kommt ja schon der nächste rein. Achso, der war das. Okay. Einmal tanken bitte. So, da kommt jetzt Fahrer 45 drauf. 45, perfekt. Ja, noch einer kommt rein. Sehr schön. Den habe ich ja schon zugewiesen. Und hier kommt jetzt Fahrer 46. Und muss noch da sein. Perfekt. Nimmt das Fahrzeug mit. Ansonsten müsste ich jetzt erstmal warten. Oder hoffen, bangen, beides. Ja, da kommt noch einer rein. Und noch einer. Sehr schön. Gut, da kommt dann jetzt Fahrer 55 drauf. Und da kommt jetzt Fahrer 60. Sehr schön. Dann habe ich jetzt erstmal alle wieder zugewiesen. Werden die dann jetzt auch natürlich zum Teil auch wieder geladen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, dann nochmal nach weitem Bus fahren gucken. Den hier können wir gut einstellen. Und ansonsten müssen wir dann jetzt erstmal wieder warten. Fahrer 355. Fahrer 355. Fahrer 61. Nimmt Wagen 52 mit. Wagen 53 ist beschädigt. Fahrer 62. Äh, Fahrer 62. Habe ich noch einen? Ja, da sind noch zwei wieder reingekommen. Oh, sind sogar noch mehr reingekommen. Perfekt. Perfekt, perfekt. Fahrer 62 nimmt das Fahrzeug. Und Fahrer 70 nimmt Wagen 100. 25. Sehr schön. Da kommt eben noch einer rein. Wunderbar. Dann wird das Ganze dann gleich hier natürlich noch wieder einfacher. Äh, Fahrer 74. Nimmt Wagen 22. Und Fahrer 77. Geht ebenfalls einmal auf die 4. Mit Wagen 136. Dann nochmal bei den gebrauchten Fahrzeugen gucken. Nicht, da ist noch kein weiterer reingekommen. Aber noch einer von denen. Aber wir haben ja noch einen hier rumstehen. Der auch eben nochmal in die Lackierhalle muss. Äh, Fahrer 114. Und dann nehmen wir dann auch einen Heßwagen. Wagen, äh, 111. Linie 15 für Fahrer 102 auf Wagen 41. Gut, dann kommt, bekommt Fahrer 103 auf Wagen 33. Auf die Linie 180, 288. Und nach Linie 1. Allerdings wird er da nur einmal drauf. Okay. Auf Linie 288, 688 setzen wir Wagen 32. Ein Fahrer 121. Wie viele Umläufe haben wir denn da? Okay. Dreimal auf der 688. Und zweimal 288. Dann nochmal für Fahrer 122. Ein Umlauf mit dem Heßwagen auf der Linie 4. Allerdings nur zweimal. Gut, dann kommt jetzt hier noch diese Lackierung nochmal mit drauf. Eigentlich sieht sie relativ identisch aus. Oder was ist jetzt bei der anderen anders gewesen? Ach so, hier nur dieser kleine vordere Anbau hier. Und mit der Beschriftung hier unten. Naja, ansonsten auch nur halbfertig. Gut, dann nehme ich eben halt die Werbung noch. Und dann habe ich eigentlich soweit fast alle durch. Nur eben halt mit der fehlenden vorderen Beschriftung. Mal sehen, ob ich die auch dann noch irgendwann mit drauf nehme. Aber sieht ehrlich gesagt nicht so ganz schnicke aus. Und da vorne aber so ein bisschen fehlt. Aber ist ja auch nur ein kleines Detail. Mal sehen, vielleicht kommt das ja noch. Fahrer 124. Auf Wagen 25. Fahrer 146. Da habe ich ihn. Auf Wagen 23. Und Fahrer 150. Bekommt auch noch ein Heeswagen mit. Ja, auf die Linie 4. 5. 109. Sehr schön. 50% der Karten oder 50% der Bevölkerung nutzen unseren öffentlichen Nahverkehrsangebot. Das ist auch sehr gut und auch sehr perfekt. Wunderbar ist das. Darüber freue ich mich sehr. Linie 20 für Wagen 65. Und Fahrer 151. Fahrer 152. Nehmt Wagen 105 mit. Auf der Linie 188. Und 288. Hier nehme ich dann Wagen 10 für Fahrer 153. Und dann haben wir noch einmal einen Umlauf. Auf der Linie 4 insgesamt ist Siebter zweimal vertreten. Und zwar Versteiger am Nachmittag. Für Fahrer 168. Da habe ich ihn. Auf Wagen 116. Und auf die Linie 6 kommt Wagen 24 mit Fahrer 169. Sehr gut. Wagen 42. Fahrer 178. Fahrer 194 auf Wagen 109. Wieder zu weit runtergescrollt. Und dann habe ich hier noch einmal die 4. Wahrscheinlich 3 Umläufe. Für Fahrer 185. Und hier kommt ein weiterer Heßwagen erstmal drauf. Obwohl ich habe ja hier noch 2. Gut. Dann setze ich da Wagen 137 auf die Linie 11. Und Nachburslinie 2 nochmal mit ein. Fahrer 185 müsste dran sein. Ne 86. Seilendreher gehabt. Juts. Dreimal auf der 111. Und einmal auf der Nachburslinie 2. Okay. Okay, 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 okay. Fahrer 200. Äh, kriegt Wagen 112. Sehr schön. Auf die Linie, äh, 20. Mit Fahrer 205. 205. Äh, 114. Und Fahrer 207 auf Wagen, äh, nehme ich Wagen 17 nochmal dafür. Mal auch so ein bisschen, äh, weitere Einsatzgebiete so ein bisschen schaffen für die Dinger, ne? Linie 6 für Wagen 7. Und zwar für Fahrer 213. Äh, dreimal auf der 6. Okay. Dann wieder die Linie 20 für Wagen 107. Und Fahrer 221 auf der 20. Auch nur dreimal, okay. 288, 688. Für Fahrer 228. Einmal auf das Fahrzeug. Fahrer 229. Äh, nehmt dann den O-405G mit. Fahrer 229 müsste das sein, ne? Ja. Auf Wagen 73, genau. Köh, köh. Gut, dann habe ich hier nochmal einmal wieder die Linie 111. Für Fahrer 231. Da nehme ich dann Wagen 102. Und auf die Linie 20, Nachbuslinie 2, Kopfwagen 36 drauf. Mit Fahrer 211. Äh, ne, Fahrer 230. Dann habe ich mich eben gerade wieder vertippt. Und Fahrer 232. Sehr schön. Auf Wagen 21. Nochmals die Linie 180. Mit Fahrer 200. Also, 200, 200, 200, äh, äh, auch schon. Fahrer 249 ist dann auf Wagen 83 dran. Linie 109. Gut, da nehme ich dann jetzt Wagen. Wagen 43 mit Fahrer 254. Wagen 46 ist auch noch da. Dann kommt da jetzt das Fahrzeug drauf. Mit Fahrer 256. Linie 111. Linie 111. Und nochmals die Nachbuslinie 2. Für Wagen, ja, da nehme ich nochmal Wagen 115. Mit Fahrer 266. Und da kommt jetzt nochmal Wagen 100 drauf. Mit Fahrer 267. Und Fahrer 268. Perfekt. 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 Perfekt, perfekt, perfekt. So, wo wollen die denn jetzt alle am meisten hin? Niendorfmarkt. Okay. Und noch auf einmal Richtung Schlumpf. Nur der Fünfer ist relativ voll. Aber hat so die meisten mitbekommen. Okay. Das scheint ja einigermaßen gut geklappt zu haben, ne? Der fährt dann jetzt hier wieder zurück. Alles klar. Gut. Da nochmal bei gebrauchten Fahrzeugen gucken. Ist immer noch keiner da. Hat sich auch noch nichts geändert. Alles klar. So, dann beginnt jetzt der Feierabendverkehr. Wären dann die Fahrzeuge jetzt auch wieder ein bisschen voller. Dann habe ich die beiden auch noch hinzugefügt. Okay. Dann mache ich jetzt die nächsten Fahrzeuge. Mit Fahrrad 268. Wagen 40 ist beschädigt. Fahrrad 268 ist unterwegs. Dann kommt Fahrrad 282. Hier einmal Licht instand setzen. Linie 4. Dann nehme ich Wagen 113 mit Fahrrad 283. nochmals die 4 für Fahrrad 284. Nochmals die 4 für Fahrrad 284. Fahrrad 284. Und Fahrrad 304. Und Fahrrad 304. Auf Wagen 19. Fahrrad 305 auf Wagen 106. mit der Solo-Landzut-Recained. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was die Kunden wieder von uns hier halten. Ich komme nie pünktlich zur Arbeit, da ich nie in meinen abgepeilten Bus einsteigen kann. Das ist immer, der ist immer überfüllt. Achso, okay, das ist neu. Das ist eine neue Nachricht. Wenn ich nicht alles Geld für meine Fahrt zur Arbeit aufgeben müsste, würde ich auch einen neuen Bus kaufen. Ich müsste ständig auf einem Bus warten. Ja, das ist wahrscheinlich wieder speziell auf die Linie 4 bezogen, ne? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, Fahrrad 306. So, Fahrrad 306. Wagen 69. Sehr gut. Gut, dann müsste, kommt dann gleich Fahrrad 307. Genau, auf der Linie 4. Äh, und zwar mit Wagen 34. Fahrrad 307. Oh, Hauptbahnhof ist noch relativ voll, aber die meisten Haltestellen sind eigentlich relativ leer. Aber so soll das ja auch sein. So, Fahrrad 308. Auf Wagen 71. Und Fahrrad 325. Auf Wagen Wagen 82. Und dann kommt Fahrrad 7 aus der Gruppe 3 auf Wagen 79 drauf. Fahrrad 8 mit Wagen 89 und Fahrrad 9 auf Wagen 72. Gut, dann kommt jetzt Fahrrad 15. Ne, 16. Aber 18 kommt auch noch dran. Gut, dann machen wir einmal einen kleinen Umsprung, sage ich jetzt mal so. Wenn er das ja schon selber raussucht, dann können wir das ja natürlich auch so mit übernehmen. So gut, dann schaue ich noch mal nach weiteren guten Busfahrern. Den können wir noch einstellen. Und stelle ich den dann noch hier noch mit ein als Azubi. So, 356 und 357. Das dann auch noch mal mit eintragen. So, da haben wir die Gruppe 4 dann zur Hälfte dann schon voll. Eine brauchen wir noch, um das dann alles noch mal perfekt abzudecken. Und soweit ich sehe, haben wir zwei defekte Fahrzeuge wieder da. Einmal nachtanken. Ja, gut. Fahrer 17, perfekt. Auf Wagen 88. Und dann kommt jetzt Fahrer 16 auf Wagen 1. Das Fahrzeug einmal den Blinker tauschen und Bremsbeläge und Motoröl. Und Wagen 63. Einmal Scheibenwischer und dann müssen wir mal wieder Teile bestellen. Zwei Motoren. Fünfmal Licht. Vier Blinker. Vier Scheibenwischer. Zwei Bremsbeläge mit zwei Reifensätzen. Viermal Öl. Und zwei Kallriemen. Ah, da kommt dann auch wieder einiges gut zusammen. Aber das sind ja natürlich auch alles Teile, die wir dann natürlich auch benötigen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann werfe ich noch mal einen Blick bei den gebrauchten Fahrzeugen. Hier hat sich auf jeden Fall was getan. Und da haben wir noch einen Hestwagen. Perfekt. Da will ich eigentlich nichts groß verhandeln. Dann nehmen wir das Fahrzeug so an, wie das ist. Das müsste dann jetzt Fahrgehen 143 sein. A, B. Eins, vier, drei. Eins, vier, drei. G, E. So, was müssen wir hier einmal machen? Licht und Bremsbeläge erneuern. Alles andere ist in Ordnung. Perfekt. Und damit haben wir jetzt alle Plätze voll. So, also hier haben wir ähm, 14, 14, ähm, 16, 18, 18, 20, 24, 26, 28, 29. Sind das jetzt echt 29 Dinger schon? Äh, guck ich jetzt hier einmal noch mal so nach. Also, eins, 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 zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, sieben, acht, neun, durcheinander, scheiße. Okay, eins, das ist Nummer zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, vierundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, 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 fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig Stück haben wir schon. Ja, genau. Drei Fahrzeuge brauchen wir noch, plus nochmal zwei weitere, als, äh, Reserve sozusagen. Also, ich brauche noch fünf Ladesäulen, also drei brauchen wir offiziell noch, und dann haben wir die Linie vier damit eigentlich auch abgedeckt. Wunderbar, das ist ja großartig. Das läuft ja perfekt. Äh, Wagen 60 ist da. Für Fahrer, 25 müsste ich jetzt dran sein. Oder ne, Fahrer 18. Gut, Fahrer 18, ja, auf Wagen 60. zweimal auf der Nachburslinie 1, das kann er noch ertragen. Perfekt. Gut. Gut, 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 gut. Dann, ich werde nochmal einen Blick auf die Busfahrer, da unten. Ah. Gut, da muss ich noch weitere Azuis mit einstellen. Stelle ich den mit ein. Den stelle ich mit ein. Die beiden kommen mit rein. So, das sind dann jetzt 361 und bei 37 habe ich aufgehört. 358 359 359 und dann kommt nochmal Fahrer 361. Perfekt. So. Dann brauche ich jetzt noch noch 7 Fahrer und dann können wir die Linie 26 ebenfalls mit in Betrieb nehmen. Und dann geht's müssen wir uns dann erstmal um die Linie kümmern, wie die sich dann so eben halt äh schlägt. Nein. So, Linie 20 für Fahrer 26 nimmt das Fahrzeug mit. Fahrer 27 auf Fahrer 62 nach Buslinie 1 für Fahrer 30. Sehr schön. Und noch eine weitere Nachricht von Fahrer 139. Ist aufgefallen, dass andere Busunternehmen deutlich besser bezahlen. Also eine höhere Brauch. Bitteschön. So, das sind dann jetzt die Umläufe dann für den Freitag. Ist ja einiges runtergegangen. Das ist ja perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Besser kann das ja gar nicht sein hier. Meine Güte. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und hoffentlich sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ja ruhig einen Daumen da, äh, Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und, äh, lasst ruhig Kommentare da. Bis denn und Tschüss. Tschüss.